Action Learning, live in der Praxis, trainieren, auch ein Trend, der in vielen Unternehmen immer wichtiger wird. Ich komme aus Berlin, dort gibt es eine große Projektmanagement-Simulation, den Flughafen, also dieser neue Flughafen. Viele denken ja, der wird wirklich gebaut, das stimmt nicht, sondern hier geht es darum zu zeigen, wie komplex Projekte sind, was man da alles falsch machen kann, wie teuer das dann wird und das ist auch, kann man sagen, das größte Lernprojekt, was es in Deutschland derzeit in dem Bereich gibt und viele Unternehmen sagen, sowas möchte ich auch machen. Ich mache jetzt nicht Projektmanagement irgendwie im Seminarraum, sondern wir machen das tatsächlich in der Praxis. Ich habe mir gestern gerade ein Buch bestellt, wo ich nur den Titel interessant fand von irgendjemand aus der Management 3.0 Ecke, der das empfohlen hatte oder auch behauptet, das ist das neue Lernen 3.0 in den Unternehmen und da stehen glaube ich auch solche Thesen drin, konnte ich sehen, bin ich mal gespannt. Aber es heißt auf jeden Fall, wir treffen uns nicht mehr im Seminarraum, um dort über Dinge zu sprechen, die mit der Realität nichts zu tun haben, weil das ist ja leider oft das, was noch passiert. Das war's für heute ja. Vielen Dank.